Hey BMW, fahre mich nach Hagenis, Norwegen. Navigiere mich nach Hirshals, Dänemark. Fahre mich nach Hamburg. Welches dieser Ziele soll ich nehmen? Hagenis, Norwegen! Ach du kleines verficktes Arschding, alter. Hey BMW, welches soll ich nehmen? Keins. Keins. Oh, girl, I like you, I do. I wanna be your friend, go shopping in the bins, I like you, I do. I hit you in the land, can you fit me in your plans, I like you, I do. We went over to France and we woke up with Japan, I like you, I do. Oh, girl, I know you only like it fancy. So I pull up in that made-back candy. Yeah, your boyfriend, I never understand me. Cause I'm bout to pull this girl like a hammy, hammy. Let's check a lil' dip, lil' lady. Hit PCH from Eddie. Yeah, I've been thinkin' lately. That I need someone to save me. Now that I'm famous, I got hoes all around me. What? I need a good girl, I need someone to ground me. So please be true, don't fuck around with me, honey. Someone shed his heart with me, fill you up, then run it back again. It's unreal, lad. Oi, lads. We're just doing some wild camping today in the National Park of Lötunheimen. And look at that. Look at that view. So peaceful. Now we don't have any beer with us today. Drinkin'. Drinkin' this. No warm clothing. No warm clothing. We've forgotten our tents. And now we have to sleep on the ground like. Literally on these rocks. This is nature. But this is unreal. Nobody hears you screaming up here. If you die here, you are dead. Not so cold. Da oben sind Rentiere. Scovy. Was tun wir? Eat. Essen. Ich will nur in den Sportmodus schalten, ich will nur in den Sportmodus schalten. Jetzt ist er in den S, du musst ihn da halten. Nicht rühren, ist schon witzig. Jetzt voll in die Eier. Auf der Snackline. Da. Da. Nein! 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 Sieht irgendwie falsch aus. Könnt ihr gerade allein dafür schon eine reinhauen? Also wirklich? Das ist echt unmöglich. Ähm... Ähm... Ach! Ist da eine Message an Raucher? Wirklich? Allein die Kaugummi-Variante von der Scheibe... Der Rest ist absolut widerlich. Und man sollte euch einfach nur alle einknasten. Ganz ehrlich, einknasten, hinrichten. Außer ihr seid über 80. Dann habt ihr eh nicht mehr ohne Lebenserwartung. Ja... Weißt du, entweder kann man das Geld in Kippen stecken oder in so einen Urlaub wie diesen. Oder in einen ETF mit einer Rendite von 7% im Durchschnitt im Jahr. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt... Ich baue mir gerade was von zu Hause auf. Ich kann euch da einfach mal eine Präsentation zukommen lassen. Keine Angst, ist auch nicht so eine Scam-Scheiße, die ihr im Internet habt. Aber wenn ihr sowas hier im Hintergrund auch erleben wollt... Ja? Dann könnt ihr das ganz einfach tun. Indem ihr irgendeinem Scheißrauchen auffört. Und das Geld einfach nur in den fucking Urlaub bombt. Dafür muss man euch nicht mal einen Vortrag schicken. Let's go! Du musst da schnell laufen. Mach mal Speed and Power! Zeitung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es ist so großartig. Es ist so großartig. Es ist großartig. Es ist so großartig. So big, it will overthrow the dark thing and will live on the dune.